Liebe ID-Freundinnen und ID-Freunde, wir hatten jetzt gerade zwei ID-Treffen Warm-Up-Events direkt hintereinander. Vorletzte Woche in Zürich war echt super genial, kann ich nur sagen. Zu dem Event muss ich noch etwas schneiden. In diesem Video geht es um den Warm-Up-Event von letzter Woche. Da waren wir in Zwickau, im Werk von Volkswagen, wo alle unsere IDs herkommen. Zumindest eigentlich doch fast alle, würde ich mal sagen. Dann ging es im Konvoi, fuhren wir alle gemeinsam nach Dresden zur Gläserner Manufaktur. Wir hatten einen super Tag, wirklich nur super Leute. Danke, danke, danke an alle, die gekommen sind. Die Community wächst und wenn sie wächst mit so coolen Leuten, ist es einfach genial. Ich muss sagen, ID, wir sind die coolste Community ever, meiner Meinung nach. In dem Video einfach nur Impressionen, keine Daten. Schaut es euch an, wie der Event war. Wir wollen die Leute begeistern, damit sie dann im September auch nach Locarno kommen. Wir wollen im September Locarno rocken mit unseren IDs. Teilt dieses Video, teilt es, teilt es, teilt es, wo es nur geht. Für Locarno wird das Programm, also die Anmeldungen, werden schon bald möglich sein auf der Webseite. Das Programm steht eigentlich. Es sind einfach nur noch Kleinigkeiten, die noch gefixt werden müssen, damit wir mit der Anwendung raus können. Und jetzt schaut euch einfach mal an, wie das Warm-Up-Event letzter Woche in Zwickau und Dresden war. Euer Sort Fisch. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020